Hallo, willkommen zu der Folge 139 Und ich hatte, also ich bin am aufnehmen und habe die neue Musik gemacht Und dann habe ich, also jetzt bin ich am aufnehmen und jetzt habe ich die Zahlen unten und nicht oben Einen. Aber ein bisschen scheiße, ne. Aber wir stattdessen das gehen losen Nein Kett Nein Kett Alter Äh, was wollen wir denn? Fertig scheiße ich weiß gar nicht mehr was die Prozent das Wurz mal gehen keine Ahnung Prozent irgendwie in die Höhle oder ich weiß gar gar nicht mehr Scheiße ich habe mir die letzte Folge nicht angeschaut also zwei Daumen hoch ja ja und Gran Turismo ist auch am Start gewesen ich habe die dritte Folge gemacht so jetzt das ist gebrauchen das die doch hier hier und man mit dem wieder zu bauen dann mache ich soll ich freue mich dass jemand war bei mir geschrieben hat von Lachen hat Zeit also von langer Zeit nicht vier Jahren oder so von etwa von etwa Monat oder drei Monaten oder vier ich weiß doch gar nicht was mir einer bei der ersten Folge geschrieben hat cooles Video so dann hat er dann hat er gesagt könntest du mich irgendwie abonnieren oder so aber den kenne ich schon und der wusste nicht ob was ich das war glaub ich siehst du es nein scheiße alter ich habe ja nein kette am Start gehabt aber ich habe auf Autoplay gemacht dass das Video das nächste Video kommt und dann ja ja sorry also was wollten wir denn abpflanzen ja ich voll Idiot so wenig so wenig nein wir bauen doch das nicht ab ich voll Idiot wir müssen doch mit Wasser äh 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 oh bin ich blöd ey äh 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 Nein, Scheiße, älter Schwede, nein, ich bin der Paluten, ne, ne, der finde ich noch cool, der Palütchen, der mit dem Frosch da, mit dem Frosch LP, alter, der ist lustig, bei Minecraft, hat er ja, der Frosch LP genommen und dann hat er gesagt, bei Minecraft bin ich gut oder so, irgendwie so etwas ähnlich, jetzt ja, da hat man noch, oh gut, der braucht noch nicht so viel, ne, oh, Alter, irgendwann nervt das auch, boah, so ein bisschen kleines Musikspecial, wenn's euch gefällt, aber ich denke nicht, nein, 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 Nein 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 Steinhacke! Ist der auss wie ne Schaufel verfickt! Als wär... Verste Scheisse der... Als. Kratzt wieder die Nase, ne. ich bin der neue gronk ne was bin der doch kein neuer gronk so so erfolgt hätte ich wahrscheinlich nie aber und er ist auch ein profi sogar ein und was wollen wir denn mit dem anfang so fitte scheiße also jetzt fall fällt mir gerade die Fresse ab also fast ein und ein und 60 so kam aber sicher von team genommen oder herr also mir ja das ist jetzt ein bisschen mehr kürzeln ja was haben wir die ganze zeit eigentlich gemacht gar nix gemacht nur geredet no halter ich weiß gar nicht mehr so irgendwie